Erik Philippi, wird Freundin Michelle ihm das verzeihen? Erik Philippi, 27, und Michelle, 52, sind derzeit das absolute Traumpaar der Schlagerwelt. Nicht nur privat, auch auf der Bühne sind sie zusammen zu sehen, so wie bei das große Schlagerfest XXL. Doch ausgerechnet da traut sich Erik über die Stränge zu schlagen. Hach, wenn Fans Erik Philippi und Michelle zusammen erleben, dann geht ihnen das Herz auf. Die Schlagerstars wirken glücklich, angekommen im Leben. Das zeigen Michelle und Erik auch ganz offen in den sozialen Netzwerken und sogar auf der Bühne. So wie das große Schlagerfest XXL, bei dem Michelle und Erik Philippi zusammen auftreten. Doch ausgerechnet während dieses Events leistet sich Erik einen kleinen Ausrutscher. Erik Philippi und Michelle, das passiert auf dem Weg ins Hotel. Spät in der Nacht, kurz nach seinem Auftritt bei das große Schlagerfest XXL zieht sich Erik Philippi aus dem Schlagergewusel hinter der Bühne zurück. Auf dem Weg ins Hotel filmt er eine Instagram-Story, in der Erik Philippi beherzt in eine Bockwurst beißt. Und nicht nur das, er hat sich sogar eine zweite für unterwegs mitgenommen. Nach drei Stunden Fahrt-Show darf es auch mal ungesund sein, schreibt er in der Instagram-Story. Erik Philippi betont nach Show, ausnahmsweise. Ob ihm seine Freundin Michelle das verzeihen wird? Erst vor kurzem betonte sie im Interview mit dem Stern, ich habe meine Gesundheit generell oft vernachlässigt. Dies bereue der Schlagerstar heute, sagt sie hätte besser auf sich aufpassen müssen. Inzwischen legt Michelle großen Wert auf ihre Gesundheit, ernährt sich gesund und treibt viel Sport. Etwas, das sie sich sicherlich auch von ihrem Partner wünscht und das Erik Philippi bewusst ist. Neben seiner Bockwurst schreibt er ganz klein in der Story, ausnahmsweise. Eine Ausnahme, bei der nach so einer langen Schlagershow auch Michelle bestimmt mal ein Auge zudrückt.